So, scheine guten Morgen etwas von der Woche. Sollte es morgen essen. Und ich weiß nicht, mein Frühstück. Nehmen wir einen weißen Fisch. Reisgüßchen. Aber es ist nun nicht. Über die Reisgüßchen würde ich nicht reden. Ja, der weiße Fisch. Ich meine, in der Branche ist nicht allzu viel zu zählen. Aber wenn man Kepa braucht etwas, dann darf man Fleisch in den Ofen, damit man nicht zu viel Wasser zieht. Dann darf man den Ofen vielleicht Steakafritten essen. Kepa, so fliegen wir mich. Okay. Ich will Steakafritten. So. Reisgüßchen. Und kreischen. Für wen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wiss ich jetzt? Keine Ahnung. Alles wird zu viel aus. Alles wird nervt. Alles wird... ...neinens ich mir geht, dann... ...dann... ...du kann das Minimum kommen. Und dann... ...dann... Und du weißt mir nicht, dass es kein Grund gibt, dass nichts geschieht, dass alles okay ist. Voilà. Voilà. Ich fahre nur wohl über meinen Coach, dass ihr ihn heben könnt für den Flash & Checkup. Und da geht nachher, sie ist getarnt. Ich bin schon mal im Bad. Ich will drei Stunden dafür, dass ich gehe. Ich muss einfach mit Checkup bei der Pfütze, wenn ich als nächstes essen werde. Ich bin mit. Ich bin genervt. Ich schieße. Ja. Voilà. Ja. 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 Ja.